Musik Für Nicht-Berliner. Marzahn-Hellersdorf liegt im Nordosten der Hauptstadt. Hier leben reichlich 250.000 Berlinerinnen und Berliner. Ich wohne gern hier. Hier begann ich als Kommunalpolitikerin. Hier wurde ich ins Landesparlament gewählt. Hier erranke ich bereits zwei Direktmandate für den Bundestag. Nun wird neu gewählt. Wie heißt es so schön? Aller guten Dinge sind drei. Die Linke hat in Berlin drei Direktmandate zu verteidigen. Ich bewerbe mich in Marzahn-Hellersdorf um mein drittes. Auch dafür gibt es drei gute politische Gründe. Wer für Gerechtigkeit und gegen Armutsprogramme ist, hat nur eine gute Wahl. Die Linke. Wer für das Völkerrecht und gegen Kriegseinsätze ist, hat nur eine gute Wahl. Die Linke. Auch wer dafür ist, dass die Verursacher der Krise zur Kasse gebeten werden, hat nur eine gute Wahl. Die Linke. Glauben Sie deshalb nicht den taktischen Versprechen der anderen Parteien. Sie werden weitermachen wie bisher und alles mit höherer Gewalt erklären. Nur eines kann sie zur Vernunft bringen. Ihr Votum für eine stärkere Linke. Auch deshalb kämpfe ich erneut um Mehrheiten in Marzahn-Hellersdorf. Mein Credo? Eine Trage des anderen Last. Und mein Motto? Rot. Radikal. Realistisch. mit der Linke. Vielen Dank.